Aufgrund der steigenden Pegel sind die Deichabschnitte im Gebiet Elbe-Schwarze Elster im Landkreis Wittenberg hoch belastet. Wir haben das Problem des Deichbruchs an der Landesgrenze zu Brandenburg. Wir haben Probleme an noch nicht sanierten Deichabschnitten. Dort sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Deiche zu stabilisieren, zu sichern. Wir haben ein mediales Problem, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass immer wieder behauptet wird, die Elbbrücke wäre gesperrt. Derzeit besteht keine Veranlassung, die Elbbrücke in der Stadt Wittenberg, also die B2, für den Straßenverkehr zu sperren. Sollte das erforderlich sein, werden wir uns sowohl auf unserer Internetseite als auch über die Radiostationen und über die Medien dazu äußern.